Hallo Leute, heute in Mathematik in 5 Minuten. Wie finde ich heraus, ob 3 Vektoren parallel sind? Wie finde ich sowas heraus, die Parallelität von 3 Vektoren? Also, ich habe den Vektor 3, 2, 1, 6, 4, 2 und den Vektor 9, 6, 3. Wie sie es bei 2 Vektoren herausfinden, habe ich euch schon gezeigt. Natürlich könnt ihr diese 2 Vektoren nehmen, einen K-Faktor finden, dann diese 2 Vektoren nehmen, einen K-Faktor finden und dann diese 2 Vektoren nehmen und einen K-Faktor finden. Und wenn jeder mit jedem Parallel ist, könnt ihr jetzt sagen, okay, es passt. Es gibt natürlich jetzt noch bei 3 Vektoren eine einfache Variante, das ist über die Determinante. Wie man eine Determinante ausrechnet, gibt es auch schon ein Video davon. Aber zuerst mal, wie stelle ich jetzt sowas auf? Also, ich schreibe hin die Determinante von, eckige Klammern, schreibe einfach den ersten Vektor, könnte auch dieser sein, ist egal, schreibe den Vektor hin, 6, 4, 2 und 9, 6, 3. So, noch ein bisschen schöner. Und jetzt löse ich diese Determinante. Wenn die 3 Vektoren parallel sind, muss 0 rauskommen. So, gehen wir mal durch. 3 mal 3 ist 9, mal 4 ist 36. Wisst ihr, Hauptdiagonale mal Hauptdiagonale. 6 mal 6 mal 1 ist wieder 36. Und 9 mal 2 mal 2, sprich 4 mal 9 ist auch 36. Minus, so, jetzt die andere Richtung. 4 mal 9 ist 36. 2 mal 6 mal 3, 3 mal 6 ist 18, mal die 2 ist 36 plus 36. So, jetzt die letzte Nebendiagonale. 3 mal 2 ist 6, mal 6 ist 36. Wem das jetzt zu schnell geht. Ich habe ein Video zu, wie man eine Determinante von einer 3x3 Matrix ausrechnet. Das ansehen. Und jetzt seht ihr hier schon. Aha, 36 plus 36 plus 36 sind 72. Sind 78, 108 minus 108. Und das ergibt 0. Und was können wir dann sagen? Wir sind parallel. Wir 3 Vektoren sind parallel. So, so könnt ihr ganz einfach prüfen, wenn ihr 3 Vektoren gegeben habt, ob diese parallel sind. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Würde mich freuen über einen Daumen hoch. Euer Mathematik in 5 Minuten.